Das Message ist Vater von Alberta Health Services und findet ihn erst der 27. März. Der Regierung für Alberta hat eine gute Stadt geändert von Taubkommens und wie viele Menschen du kennst Taubkomm. Nun hast du gesagt, dass du nicht mehr als 15 Menschen bist, wo Taubkommens sind, als bei der Körg, beim Flachnis, beim Begriffnis oder bei anderen Taubkommens. Wenn du erst ausreiten möchtest, wo wir als 15 Menschen sind, dann solltest du dir sagen, du sollst nicht sagen, was die Lutzenträger kommt, wenn du auslohnt. Und nicht sagen, was du alle sehen, oder was eine andere Krankheit haben, wo du leichter kennst, krank geworden von dem Virus. Und nicht so ausreiten, wo die Krankheit leichter kennt von einer Neugierungen, so wie du mit Eten sind, wo Menschen singen, oder wo Menschen machen dich Taubkommens. Wenn du nicht erst ausreiten möchtest, dann solltest du dir Sachen merken, ob du dir einen Neugierungen hast, in der Stuhl oder in der Gebiet, und die Menschen alle kennen, zwei Männer oder so schauen, ob sie neu sein können. Für Sonne wird das nicht nur verfolgen, wenn du dir einen Satz zum Morgenstuhl ein Ticket zu geben. Sonne Stuhren wird nicht das ganz neidigste Niedum verkaufen, die man nicht kann Menschen in der Stuhren haben. Die meisten Stuhren wurden nicht so abgesagt, dass Menschen nachfuhren oder sogar das Internet ausverkaufen können, und dann wurden sie dort die Bühne verfolgen, für die Indien. Oder die einzige Stuhren werden vielleicht so besprochen, dass sie noch nicht zu Hause bringen. Sonne Stuhren sind eine große Stuhl, eine Klinik, ein Hospital, oder bei Airports. Aber Sonne Stuhren sind das noch nicht gesagt, dass sie nicht mehr als 15 Menschen sind. So wie ihr solltet, wenn du erst etwas Wort ausgeräutzt wird als ein Verlaufnis, und du würden weniger Menschen sein als 15, dann solltest du dir das ein bisschen denken. Menschen werden krank sein, die sollen du lieber nicht sein. Reif, wenn sie sich bloß ein bisschen verkeilt haben. Sonne wird du alle andere Krankheiten haben, die sollen du auch nicht sein. Wenn du erst was geplant hast, wenn du 50 Menschen sind und nicht, dass du bloß alle 15 sind, dann kannst du vielleicht bloß zu merken, dass du wenige Menschen herkommst. Und dann kannst du auch zu merken, dass du nur ein Ruhm hast, was Menschen alle kennen, die zwei Möte an einer Saas-Show in den Neuen sind. Vielleicht kannst du zu merken, dass die Menschen nicht alle auf einmal herkommst, oder sie am Zeit haben, und wenn es so ein Top-Kum ist, wo du so eten sein soll, dann wird dort leider sein, was du alle Reutekaufen ist, oder noch eingeparkt ist. Und dann kannst du merken, dass die alle Gelegenheiten haben, dass sie sich verhängt, was sie verhängt, was sie verhängt. Verhängt alles aufwäschend in den Gebiet, mit Bleachwutern oder Säuers, und dann kannst du merken, dass Menschen nicht alle nur kommen, was sie nicht sein soll. Wenn es nicht möglich ist, dass sie sich einfach auf einmal herkommst, dann wird das WhatsApp oder ihr Video dort erst später als neu persönlich Top-Kum. Welches Programm wollen wir vielleicht mit einem besseren Jahr anders sein, oder durch die Lehrenheit, dass Menschen sich einen anderen würden aufhören, sodass du nicht gelesen hast, für diese Krankheit von einem der nächsten zu kommen. Und so dass ihr schon seht, wenn das nicht was neu kommt, dann könnt ihr ihr Säuers-Domang-Footen ein Ticket zu geben. Mit dem Audio Top-Kum kann ich noch was nachschauen von ohne Internet, wenn ihr dort seien oder auch warnen soll, ob Menschen das nicht nur folgen, und du wegen der Top-Kum es haben mit mir als 15 Menschen. Oder wird durch kranke Menschenmang oder Menschenmang kommen. Durch Sonne wird die Rutsanträge kommen von Udland nicht durchgeblieben, denn das ist die Säuers-Domang für die vierte Däu. Dann teig ihr auf diese Linken abdrehen und dann wird das nachschreiben, die ihr seien haben. Das letzte Säuers-Nübel ist von mir. Ich würde sagen, wenn wir uns nicht lieber einen anderen abhören, und nicht Proven rauf zu bringen. Wenn wir uns nicht einen anderen uithalten, wo immer wir können, und das alle sein Noten kommen, wird der Säuers-Nü von uns verlangt, und dann ist das Fleisch-Ole-Töp viel Buziä-Ewa, und dann ist das Fleisch-Ole an der Levens-Normaal-Ut-Leven. Dankeschön für diese Leinghaarchen, und ich wünsche Ihnen alle Rekons-Baste.